einen wunderschönen guten tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren folge von copy turn of industry so wir gucken mal ganz kurz was hier schon wieder los ist wir haben nämlich eine wartung mehr und zwar wartung 1 das problem sollte aber eigentlich gefixt seine elektroteile los verstehe verstehe okay dann upela dann müssen wir das doch noch mal ein bisschen umstellen dass da ein bisschen mehr warnung rauskommt ja auch das kriegen wir irgendwie hin ja und dann was sind das hier alles verwartung war warnungen haben hier bricht irgendwas fast zusammen nicht gut dann verschütten wir doch mal ein bisschen was vielleicht ist es dann ein bisschen besser ja hier sind die ersten maschinen jetzt natürlich defekt wegen wartungsfehler aber das ist egal 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 ist es nicht aber es ist egal so jetzt kommen wir mal ganz kurz nach klar hier beschweren sie sich nämlich schon wieder alle dass wir kein glas haben als schlaggevoll ist bitte was warum ist das nicht angeschlossen also kurze frage war warum ist das nicht angeschlossen okay warte mal dann machen wir es doch besser so so das ist einmal eins und das ist einmal zwei keine ahnung warum die nicht angeschlossen waren und interessant habe ich doch gar nichts abgerissen oder egal problem gefunden problem gelöst oder mehr oder weniger fast gelöst übrigens wir haben wieder leben und einigkeit und das gar nicht so wenig wir bräuchten jetzt nur noch ein bisschen mehr wartung dann bin ich zufrieden aber sie kommt langsam sie kützt sie kützt sie kützt so dann gucken wir mal ganz kurz hier nach er ist sicher auch noch am beschweren dass das ob das mit dem wasser rauspumpen hat funktioniert nicht ich glaube das mit dem wasser rauspumpen hat funktioniert nicht tja ja gut ja gut da wir ja hinten jetzt oder so schön eigentlich komplett fertig waren würde ich sagen und das so oder so wieder alles aufgeschüttet werden sollte irgendwann würde sagen fangen wir damit jetzt einfach an und hier auf der seite können wir ja dann noch mal keine ahnung weiß ich noch nicht müssen wir mal gucken was wir machen so genau wenn dem so ist dann ist dem so ärgert mich wieder aber ich habe es alles gut dann müssen sie halt jetzt ein bisschen mehr baggern wir baggern dann von hier aus einfach alles weg wenn immer ganz kurz gucken also hier es wäre also wir müssten eigentlich noch mehr fläche in bar nehmen so viel ist hier okay doch das ist schon noch viel ich wollte gerade sagen so viel ist ja eigentlich auch nicht mehr wir könnten ja auch da schon langsam versuchen umzuziehen weil ich hier hinten wäre ja auch noch ein riesen feld davon also da würde ich tatsächlich das hier gerne erst noch leer machen dann würde ich das hier gerne tatsächlich noch erst leer machen okay das ist gemacht das ist gemacht die wartung jetzt fängt die wartung 2 auch an da los wait a minute wartung 2 was fehlt dir okay dir fehlt gar nichts oder was man da jetzt los okay dir fehlt nichts alles gut alles gut alles gut okay wir haben nichts gesagt also ich habe gar nichts gesagt ich bin nur am staunen ich bin wieder nur am staunen so die wir sind am laufen okay warum haben wir jetzt strom probleme wir gucken mal ganz kurz wir haben strom probleme bestimmt weil das ding nicht mehr läuft naja genau so und warum läufst du nicht wie das zeug ist da was fehlt ihm denn wenn das auf null gesetzt ich nicht also ich wüsste dass ich das was passieren hier für dinge oder war das wasser leer ich will halt auch nicht vorstellen naja jetzt laufen sie wieder keine ahnung okay also ich glaube jetzt läuft aber erstmal alles hatten wir die schoße eigentlich jetzt komplett schön nach oben gelegt ja hatten war und wir haben es auch eingepflegt hier und es wird ja auch schon benutzt alles gut okay hier ist gummi und holz warum haben hier eigentlich immer noch so wenig mitarbeiter hier fehlen ja auch einige sehe ich gerade um fehlen denn da so viele okay oder mann dann machen wir den mal auf dann lassen wir doch ein paar externe zuziehen okay so und was ist hier jetzt hier fehlt das gelbe genau hier waren wir eigentlich stehen geblieben am schluss wir hatten hier rot gelb haben wir hier gelb drin nein okay könnten wir ein aktivieren wenigstens wird das wenigstens etwas läuft da wäre ich ganz verbunden mit so dass nur ein bisschen was läuft so die sind alle durch die laufen okay dann würde ich sagen können uns jetzt langsam um andere dinge kümmern die da heißen wir machen weiter hier an der produktion wir hatten jetzt die alle fertig mehr oder weniger wir hatten hier ein band schon laufen das sieht halt auch schon wieder ganz ganz wild aus hier könnten wir das vielleicht einmal aber da ist da ist wieder der monk da es geht ja gar nicht wann da ist ja schon wieder der monk da kann ich das nicht verwenden anfang und ende ach so und das reißen wir einmal alles ab bis hier sorry aber da ist monk da war monk wieder zu hause aber ganz gewaltig okay die seite haben wir dann fertig die reißen das jetzt gerade ab wissen jetzt nur noch ganz genau wohin damit scheinbar wie sieht es hier aus hier ist immer noch nichts fertig euch halt immer noch glas 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 okay das band ist aber fast voll okay so was wäre jetzt hier der nächste step hier wäre der nächste step leiterplatte leiterplatte bauen wir zuerst hier oben habe ich gesehen hier und dafür bräuchten wir glas kunststoff und kupfer glas müssten wir neu machen kunststoff müssten wir machen also machen wir unten jetzt glas produktion glas heißt also wir gucken mal ganz kurz glas glos glas produktion bedarf geschmolzenes glas geschmolzenes glas benötigt mich glas und kohle mich glas gesagt sand kalkstein und salz okay dann müssten wir hier also noch ein salzcontainer hinbauen weil wir haben hier nur kalkstein okay alles klar salz so hier kommt salz rein und zwar bitte voll halten dann haben wir einen mischer salz wir könnten jetzt das mit säure machen kriegen wir sogar mehr raus also machen wir das mischer müssen wir gleich nochmal wieder ausrechnen wie viel wieder grundsätzlich brauchen so mich okay dann machen wir einmal den da und zwar bis hierhin dann was ist das hier kalkstein perfekt dann machen wir hier den kalkstein binden wir hier ab und machen den da und ich habe da auch sand gesehen ja und den würde ich hier dran machen wo das okay ist doch viel besser und hier kommt noch hier kommt noch Säure rein. Da müssen wir jetzt aber ganz kurz gucken. Okay, wir haben hier keine. Dann machen wir das so. Okay, dann haben wir das schon mal fertig. So, der erzeugte 96 Mischglas. Alles klar, jetzt ist hier oben wieder alles kaputt. 96 Mischglas. 96 geschmolzenes Glas. Hochofen 2. 96, 8, 16, also zwei Stück. Hochofen 2. Hochofen 2. Jetzt ist die Frage, machen wir noch ein Mischer dahin? Ich würde jetzt tatsächlich sagen, ja. Dann würde ich nämlich vier von denen bauen. So, einfach, ja, wir machen das. Wir tun das. Weil ich glaube, von dem Glas werden wir halt viel, viel mehr brauchen, als uns gerade bewusst ist. So. Perfekt. Und das natürlich noch. Okay. Gut. Dann machen wir hier direkt weiter. Das Mischglas geht hier lang. Jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie wir... Braucht der wirklich noch so viel? Okay, warte mal. Er braucht nur noch Kohle danach. Nicht Glas und Kohle. Glas, 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 Glas. Was ist das? Okay, zwar brauchen wir das Glas. Alles gut. Ähm, alles gut. So. Ding. Neue Flüchtlinge. Hey. Neuer Arbeiter. Ähm. Okay. So. Ähm, nein. Kohle. Wo haben wir denn hier Kohle anliegen? Haben wir hier überhaupt Kohle anliegen? Ne, ne? Ich glaube, nein. Haben wir hier denn gar keine Kohle? Uff. So weit hinten. Ne, warte mal. Hier ist noch eins. Das könnten wir tatsächlich nehmen. Moment. So. Und so. Okay. Ähm. Das. 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 Okay. Ähm. Achso. Und das. Nicht, dass wir das vergessen wollten. Ne? Äh. Da. Ne. Ne. Ähm. Ähm. Da machen wir es da. Okay. Sieht wild aus. Ist auch wild. Aber egal. So. Glas. Ähm. Jetzt brauchen wir nur noch die Schose. Ähm. 48. Ähm. Hier kriegen wir 48 jeweils raus. Und deswegen werden wir das dann auch. Ähm. Ähm. So. 48, ne? Habe ich gesagt. 48. Also brauchen wir drei Glas, äh. Vier Glashütten. Äh. Die da. Uff. Sind die groß. Uff. Das erste. Okay. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Okay. Aha. Noch nicht gebaut. Ähm. So. Dann machen wir das schon mal fertig. Und das. Dann gehen wir bis hier hin. Dann machen das. Und das fertig. Dann gehen wir hier hoch und ziehen das da lang. Nein. Stimmt. Ähm. Das Zeug darf ja nicht hoch. Äh. 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 Ja. Okay. Das Zeug durfte ja nicht hoch. Da war ja was. Mhm. Okay. Okay. Dann reiß halt noch mal ein Stück ab. Wo ist denn das Problem jetzt hier? Äh. Das. Da dran. So. Muss das hier einmal weg. Das. Das. Und das. Dann würde ich nämlich hier die Kreuzung machen. Kann sein. Kann sein, dass wir ein bisschen mehr weg müssen hier sogar. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Wir gucken. So. Das ist Nummer eins. Das wäre Nummer zwei, wenn das hier weg ist. Genau jetzt. Hallo. Hallo. So. Das wäre Nummer zwei. Das wäre Nummer drei. Entfernen. Entfernen. Wir wollen hier fertig werden. Oh. Okay. Na gut. Und. Das da dran. Nicht so wie ich wollte. Aber okay. Ähm. Aber es steht alles. Das ist doch schon mal die Hauptsache. Und somit hätten wir Glas. Müssen wir das nur nach Hause tragen. Wir gucken mal, ob wir irgendwo noch ein Schlötchen finden. Ich mach den schon mal an. Dass hier auch sich nichts verbindet. Ähm. Von mir aus kannst du auch auf die Ebene drei. Also. Das ist mir eigentlich relativ egal. Hauptsache. Wir gehen hier irgendwie durch. Also. Ich müsste einfach nur hier hin. Wie du da hinkommst. Ist mir. Lade. Nee. So. Perfekt. So. Dann. Bauen wir das mal eben durch. Okay. Da haben wir den Slot weg. Den Slot weg. Welche haben wir denn noch offen? Äh. Den hier hätten wir noch offen. Den hätten wir noch offen. Hatten wir hier nicht so schön Glas? Moment mal. Da fließt doch schon Glas. Zurück. 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 Wir könnten eigentlich. Hier rüber. Und. Dort ran. Ähm. Da dran. Und genau. Priorität eins. Dass das Zeug erst von da kommt. Und dann haben wir es. Neu Flüchtlinge. Sehr gut. Okay. Äh. Riesenmager. Was. Was. Ähm. Fuck. Okay. Jetzt haben wir den zweiten Tümpel. Jetzt haben wir den zweiten Tümpel. Na prima. Ähm. Ja. Jetzt haben wir den zweiten Tümpel. Ja gratuliere. Äh. Okay. Ja gut. Ähm. Fuck. Okay. Warte mal. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Was wir machen. Ähm. Okay. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Äh. Okay. Wir machen das ganz geschickt. Vielleicht zugeschickt. Weiß ich noch nicht. Wir machen jetzt hier. Ein neues Feld hin. Und dann darf er sich hier reinbuddeln. So. Okay. Weiße. Er findet halt gar keinen Weg mehr, ne? Er kommt hier nicht mal raus, oder was? Ah. Da ist das Problem. Alles klar. Ah. Okay. Hatten wir aber auch schon angegeben, dass da was hingeschüttet werden sollte. Ähm. Ja. Ich sag ja. Gratuliere. Ich hab wieder. Ich heute. Heute. Heute ist wieder. Heute. Ich pass auf. Ich pass auf alles auf hier. Alles gar kein Problem. Alles gar kein Problem. So. Äh. Ja. Äh. Das war Kohle, ne? Ja. Prima. Heißt also Kohle. Müssen wir jetzt tatsächlich auch von hier hinten. Ja. Befrachten. Ähm. Prima. Ja. Prima. 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 Okay. Gut. Ähm. Ja. Dann haben die jetzt richtig viel zu verschütten, würde ich sagen. Ich sage aber bis hierhin vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.